Hallo, ich bin Anne Buch von EchtPost. Wir sind eine Online-Plattform, über die man echte Postkarten per Post verschicken kann, also sozusagen aus dem Internet in den Briefkasten. Das bieten wir auf der einen Seite Endkunden an, die also beispielsweise zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach nur so eine Postkarte verschicken wollen, ohne den Aufwand zu haben, zum Briefkasten gehen zu müssen, eine Briefmarke zu kaufen etc. Und auf der anderen Seite richten wir uns an Unternehmen, die die Postkarte als Marketing-Instrument einsetzen. Das heißt, Unternehmen geben ihren Kunden wiederum die Möglichkeit, Postkarten kostenfrei zu verschicken. Diese Postkarten sind dann gebrandet, so dass die Kunden die Werbebotschaft der Unternehmen transportieren. Von der Startup.com erhoffen wir uns viele neue Kontakte zu Unternehmen, die EchtPost als Marketing-Tool einsetzen möchten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.